Ja, und Explosions und somit herzlich willkommen zurück zu Dead Rising 4. Wir haben eine neue Mission. Wir sollen ein Radio hören. Eigentlich hören wir schon ein Radio. Ihr Funkgerät. Ist ja kein Radio an sich. Okay, also zur Feuerwache. Nicht die einen retten, die abgeschnitten sind, sondern wir gehen zur Feuerwache. Au! Fuck! Ich wollte eigentlich auf den LKW springen. Recherchiere die Gerüchte! Und zur Feuerwache. Wir haben jetzt so zwei... Alter! Was ist gerade? Okay. Wir ballern ein paar. Die lassen wir mal so ein bisschen... Oh, Geld! Reich Geld. Eigentlich sagen die immer Schrott. Sind das eher Feinde oder... Ich weiß es eben nicht. Alter, nein! Mal weggehauen. Guck mal, aber eigentlich sind sie rot. So ein bisschen. Alter, da liegen auch voll die Waffen rum. Aber ich habe keinen Platz für Waffen. Was haben wir hier? Sturmgewehr. Ah, noch so eine Uzi. Brauchen wir es nicht unbedingt. Leuchtpistole. So, Event in der Nähe. Oh, der eine hat mich jetzt gesehen, gell? Au, au, au. Ja, jetzt ballern die auch noch auf mich. Ausrischung zerstören. Oh, nein! Wieso? Was habt ihr für ein Problem? Wir haben kein Zombie! Seht aus wie ein Zombie? Darauf mag ich jetzt eigentlich auch keine Antwort. Aber egal. Okay, Moment. Wir brauchen mal... ...ganz kurz. Einen Moment. Mit was gehen wir da am besten rein? Alter, wir haben ja noch zwei von denen. Oh, ab geht's! Was? Wo kommt die jetzt plötzlich gerade? Oh, nein. Das ist, glaube ich, so ein Thrashy. Oh, der ist sogar gestorben. Oh, was macht denn der da jetzt hier? Bam! So, den gesehen. Richtig nice. Haben hier Fleischbrocken. Ich habe gedacht, was zum Essen! Weg da! Na, steht wieder auf. Oh, da ist schon was zum Essen. Das sehe ich gerade. Wir haben keine Chance! Alter, wieso? Ach so, RB für Ausweichen. Oh, der war zu weit. Oh, der ist um hier hinter dir. Guck mal, ich hilf dir. Und dann gebe ich dir halt einen Headshot mit meiner Feuerwerksrakete. Kein Problem für mich. Oh, ein Hamburger! Und eine Limo. Das passt perfekt. Leute, mir geht's wieder gut. Alles hier in... What the fuck? Alter, den Mega-Fliegen-Klatsche. Wie wär's mit einem Warnschild? Achtung, zu schwer zum Anheben. Ja, meine. Deine Hand! Den Mega-Fliegen-Klatsche. Und dafür brauch ich so ein Exosuit? Alter, ich schieb's immer gegen die Laterne hier. So, Silvester-Leute! Party-Time! Alter, bleib doch mal hier ein bisschen stehen. Jetzt hier einmal. Ich find die knarre geil, hey. Richtig nett. Richtig nett. So, jetzt sollen wir hier die Ausrüstung kaputt machen, oder wie? Was haben wir noch hier? Erste Hilfe. So, das war die Limo. Was sollen wir hier suchen? Alter! Voll viel Knete. Oh, Granaten. Auch gut. Panzerfaust. Äh, Panzer... Oh, 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 Achtung. Ich drück immer die falschen Taschen. Äh, eine Panzerfaust. Und dafür... Ja, aufwöge ich jetzt mal hier meinen, äh... meinen Raketenfeuerwerfer. Weil ich ja noch was hab. Ah, jetzt soll ich das hier zerstören? Mich schon gewundert. Oh, geil! Das war jetzt so ein Schuss, der gar keine Munition gebraucht hat. Sehr schön. So, wir gehen jetzt erst mal zur Feuerwache. Und da drüben haben wir noch die komische Recherche. Die werden wir aber noch ein bisschen... später machen. Oh, da kommen wieder ganz viele. Von allen Seiten. Ich kann sogar in den Parkuhr rausreißen. Mit dem Exo-Süd. Das ist ja auch genial. So, komm her! Oh, war das jetzt so ein Dinger? Autsch! Einen Moment. Weil ich irgendwie nicht ganz getroffen hab. So, zur Feierwache. Wir sind ja schon da. Oh, da liegt was. Ah, aber auch mit dem Exo-Süd. Alter, was geht hier ab? Alter, hier muss doch eine rumliegen, oder? Flammenwaffe und so. Entdecken, was geschehen ist. So, Türe zu. Okay. Einmal verschlossen. So, die Frage ist hier alles safe. Ah, hört sich nichts an. Was haben wir hier? Schneemannmaske. So, hier haben wir wieder einen Bauplan. Löchriger Terror. Cool, das krieg ich hin. Oh, Computer und Scharfschüsse-Gewehr. Frage, zählt ein Laptop auch dazu? Okay, wir haben hier wieder ein bisschen was zum Futtern. Chili, oh. So, ich hab doch hier... Oh. Was da wohl dein ist? Oh, Hallöchen. Meine Freunde. Aber jetzt hab ich halt nix von den Exo-Süd. Gut. Das lag draußen. Das Problem ist, der... Brauche immer so Energie. Ich will den Flammenwerfer, da war ein Flammenwerfer draußen. Das Problem ist, das hab ich schon... 30% von 120% an Energie eigentlich weggenommen. Oh. So, meine Freunde. Ich brauch das da. Jetzt kann ich mir auch die Fliegenklatsche holen. Schienenkanone. Ah, das ist ja auch hier eigentlich... Hier tauschen eigentlich. Ah. Okay, wir gehen wieder rein. Ja, wir haben eh schon fast die Hälfte verloren an Energie. Das wär ich ein bisschen blöd eigentlich. Das heißt, wir müssen da immer mega... ...ja, äh, Terror machen. Weil wir immer wenig Zeit haben. So. Burn, Zombie, burn. Sag dazu nur... Alter. 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 So, wir fackeln einmal ab. Oh, nein, nein, nein. Weg da. So. Okay. Alles safe. Wir können die Recherche dann eigentlich langsam beginnen. So, die Frage ist natürlich, wo wir suchen. Müssen wir hier unten oder hier oben? Wo wir herkamen? Nein. Verdammt. So, Recherche abgebrochen. Ah, abgebrochen. Ah, ist mir auf einmal hier im Kreis gelaufen. Das heißt, wir müssen wohl auch unten bleiben. Wir können nicht hier oben rumsuchen. Da müsste ja hier die Meldung kommen. Eigentlich hier Recherche begonnen. Somit hat sich unsere Frage eigentlich schon erledigt. Nein! Ich wollte... Autsch. Hallo? Oh, nein. So, was brauchen wir? Das da vielleicht? Oh, Nagelkiste. Ah, da wäre ein Computer. So, ob sie das kleine Krampe überall rumliegen wie eine Fliege im Spinnennetz. Okay, was soll das heißen mit dem Spinnennetz? Oh, Moment. Wieder so einer? Ja, sehr lecker. Und jetzt denke ich mal, müssen wir irgendwas auf dem Boden vielleicht suchen. Würde ich jetzt mal so behaupten. Oh, Moment mal. Können wir wieder was durchsuchen? Nein. Hier gibt es richtig Kohle immer. So, unser Problem. Vielleicht müssen wir hier in den Analysator-Modus. Könnte natürlich auch sein. Jetzt bin ich, glaube ich, einigermaßen überall rumgelaufen. Hier haben wir am Tisch noch irgendwie... Hier haben wir nichts. Würde ich mal sagen, wir schalten mal um. Ähm, was können wir hier tolles dann sehen? Eigentlich immer noch nicht viel. Ähm, irgendwie fehlt da was. Aber ich kann ja eigentlich nur hier unten. Ey! Okay. Oh. Was haben wir denn hier? Hier steht, dass über 100 Soldaten von diesem Ding getötet worden. Fuck. Ich muss irgendwie zum Schrottplatz. Was das Ding auch ist. Es kann Obscurus auf den Tod nicht ausstehen. Okay. Ähm, wir dürfen hier wieder raus. Den Schrottplatz betreten. Das ist natürlich wieder in die total falsche Richtung. Wie wir eigentlich hinwollten. Aber nun gut. Ich wollte mir noch die eine Recherche machen. Aber das können wir ja vielleicht noch ein bisschen später machen. So. Oh, da draußen. Werden sie sich hier gleich wieder so ein bisschen tummeln. Weiter. Kommt da ein Heni? So. Hier sind gerade ein paar viele. Einigermaßen. Oh, da vorne sind viele. Kontrollpunkt erreicht. Oh, no, 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 no. Aufnahme durch. Ah, das ist so ein Quatsch. Oh. Geh, Mälze. Ich fahr jetzt einfach hier ein bisschen rum. So genial. Bam, 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 bam. Kann man so viel niedermähen. Und die bleiben eigentlich alle stehen. Kann man voll abgehen. So ein. Was ich an so einen Bonus machen kann. Oder einen Rekord. Eine Biene. Also, gern geschehen. Genau. Ich wollte nur eine Biene töten. Nicht hier die Leute. Alter, es liegen hier überall Leichen. Und das drückt sich ein bisschen auf das Fahrverhalten des Quatsch aus. Nein, ich hänge. Autsch. Sorry, sorry. So, 200. Das ist doch mal was, oder? Das ist doch mal eine Hausnummer. Alter, wieder weggespringt. Nein. Das war erst nicht geplant. Verdammt. So, hinter mir wieder zu. Sehr gut. Okay, hier steht die Paula. Tolle Begrüßung. Hallo, ich wollte dich gerade anrufen. Psst. Der Schrottplatz wimmelt vor Obscuris, Soldaten. Ja, ich wollte gerade. Hey, warum bleibst du nicht hier und gibst mir Dekko? Ja? Gute Idee. Mach ich gern. Wundervoll. Okay, Zombies wären mir aber eigentlich lieber. Als hier Soldaten, die zurückschießen. So, na dann. Okay, jetzt können wir mal so eine Schlechtattacke machen, oder? Ziegelstein. Nein! Ich wollte auch so eine Schlechtattacke machen. Okay. Stehenbleiben! Nein! Ich mag aber nicht stehenbleiben. So, der Ballert hier. Ja, es würde wissen, wo ich bin. Ja, so ein Scheiß habe ich keine Zeit. So, was ist das hier eigentlich? Der Brandstifter. Wow! Aber richtig getroffen auch nicht, gell? So, nein, ich wollte nicht das... Obwohl das eigentlich auch ganz cool ist. Kann ich das Schild da einsetzen? Keine Ahnung. Wo ist eigentlich das hier? So, wir warten, bis er nachladet. Okay, das war nicht nachladen. So, der hat eine Granate. Scheiße, Scheiße, Scheiße! So, oh, ist sogar getroffen. Sogar noch ein paar mehr werfen können. Passt auf! Ah, die zweite war nicht so. Autsch! Die Knarre ist schon geil. Keine Ahnung, verschießt irgendwie... ...Pfeil-Kanonen. Aber der schießt eigentlich total falsch. Ah, komm schon! Vor allem, wir reden doch miteinander. Auch gut. Oh, da kommt noch einer. Der eine weiß der aber nicht so ganz. Was zur Hölle? Weil er weiß, der Schatter sind noch keine richtige Fährte. So, der eine wird gelb. Schießt auch so ein bisschen auf seinen Kollegen. So, ah, nein. So, der hat auch nur einen Jagst. Also auch eher so ein Nahkämpfer nur. Okay. So, kann ich das aufheben, bitte? Dankeschön. Alter. Er erschreckt mich halt. So, da drüben ist noch einer. Jetzt mal gucken, ob wir mal hier schleichen können. Ob das hier auch geht. Er patrouilliert so ein bisschen. Hier frage ich, wann er halt wieder umdreht und wieder in unsere Richtung kommt. Ah, okay. Egal. Dann halt beim nächsten Mal. So, nun gut. Jetzt können wir es mal hier probieren. Der läuft hier, der läuft hier. Ah. So, um die Ecke schauen oder so kann ich nicht groß. Ah, ich habe hier so einen Schlitz. Aber ich sehe halt so gut wie gar nichts. So, Moment. Kann ich nicht irgendwie, äh, die Schulter an sich tauschen. Die laufen auch ein bisschen seltsam. So, der eine dreht halt gleich wieder um. Ah, Mann. So, hier eine Überraschung. Oh, der eine. Der lebt sogar noch. Oh, so. Ist nur der hier. So. Easy. Wer hat da noch geredet? Keine Ahnung, wer. Okay, wir müssen hier rüber. Das heißt, wir gehen wohl einmal hier durch das Gebäude durch. Aha. Geht schon mal nicht. Und der wird wohl auch verschlossen sein, oder? Die ist auch verschlossen, natürlich. Okay. Können wir irgendwo rüberklettern? Wenn wir hier hochgehen, dann haben wir eben nicht sehr viel. Ah, hier geht's weiter. Okay, der da drüben. Ah, ist gerade ein Sniper. Das Wetter halte ich nur aus, weil die Bezahlung gut ist. Oh, da ist schon noch einer. Ah, verdammt. Wollte schon sagen, können wir uns schön anschleichen, aber... Ist ja in dem Spiel relativ schwierig. Man hat da keine Anzeichen, oder die sehen uns halt direkt immer sofort. Das heißt, das Spiel verzeiht auch nichts. Oh, eine Kettensäge, aber so eine Säge haben wir auch schon. Also, das ist ja in dem Spiel. Also, das ist ja in dem Spiel. Dann, wenn wir hier ein bisschen auf den Spiel. Dann, wenn wir hier ein bisschen auf die Säge haben. Dann, wenn wir hier ein bisschen auf die Säge haben. Vielen Dank.